Hey, Eddie Brock hier. Ich habe etwas über Cletus Cassidy herausgefunden. Er ist ein Serienmörder. Lass uns blöde Typen fleißen! Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Ich habe ein letztes Geheimnis zu offenbaren, Eddie. Darf ich vorstellen? Carnage. Die Schokolade wurde noch nicht geliefert. Dann muss ich Mrs. Chen fressen. Nein, nein, du kannst nicht Mrs. Chen fressen. Was? Nichts. Nein, 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 nein.